Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren zu Ihren Multiversus News. Bald wird es ein Batman Event geben? Neue Informationen zum Rank Modus? Neue Informationen zum Shop? Und das Founders Paket gibt es bald nicht mehr? Das und viel mehr jetzt bei André oder auch Xerox. Nicht vergessen Leute, ich bin noch regelmäßig live auf Twitch mit Multiversus. Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, News ab! Es soll wohl bald ein Batman Event geben. Und zwar vom 16. bis zum 19. September soll man ungefähr 20 Matches mit Batman absolvieren. Und dann bekommt man ein besonderes Profil-Icon bzw. Profilbild. Finde ich sehr interessant, dass die Entwickler sich dazu bereit erklären, auch mal besondere Events in das Spiel einzubringen. Und ich bin gespannt, was noch so in der Zukunft auf uns zukommt. Aber mal abwarten, ob das auch stimmt. Wie gesagt, alle Informationen, die ich euch jetzt verrate, ist bitte mit Vorsicht zu genießen. Welche Informationen zu 100% stimmen, ist, dass es bald die Founders Pakete nicht mehr geben wird. Und zwar ab dem 11. Oktober könnt ihr euch keine Founders Pakete mehr zulegen. Das bedeutet, wenn ihr euch noch eins davon holen wollt, würde ich bald zuschlagen. Denn ihr wisst ja, für das 100 Euro Paket bekommt ihr einen goldenen Namen für euer Profil. Ja, wenn ihr den noch haben wollt, solltet ihr zuschlagen. Ansonsten, nun ja, wird es nicht mehr die Möglichkeit sein für die Zukunft. Ja, dann vielleicht noch mal eine ganz interessante Sache. Und zwar hat hier jemand nochmal das Problem mit Harley Quinn angesprochen. Dass es ja immer noch möglich ist, ein 0 to death zu machen. Und wenn sie halt nicht trifft mit dem 0 to death, ist es trotzdem eine Menge, Menge Schaden, den sie raushauen kann. Das habe ich ja in letzter Zeit ja auch schon ganz stark gemerkt. Und da wurde nochmal gefragt, ob das in Zukunft irgendwas kommen wird. Weil es hieß ja auch, dass das genervt werden soll, die kein 0 to death und so weiter. Tony hat geschrieben, wir werden uns das alles ansehen. Und im nächsten Patch, beziehungsweise wird es einen globalen Fix geben. Also wird es dann in Zukunft nochmal einiges darauf geachtet, dass gewisse Kombos nicht mehr extrem funktionieren. Und ja, ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Aber es wird auf jeden Fall was gemacht. Kommen wir jetzt erstmal zu Morty. Morty bekommt bald neue Skins. Schaut gerne mal rein, so sehen die aus. Ich bin sehr gespannt, wie das hinterher zustande kommt. Ob es dann zusammen mit dem Shop reinkommt. Oder ob das dann später nochmal, man freischalten kann auf irgendeine Art und Weise durch ein Event. Naja, mal sehen. Aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Jetzt habe ich neue Informationen für euch über den Shop. Worüber sehr, sehr viele glücklich sein werden. Schaut euch das Bild an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier an der Stelle Platzhalter. So ähnlich soll denn der Shop aussehen. Das ist momentan in den Gamefiles zu finden. Und wie ihr ganz, ganz gut erkennen könnt, kann man diese gewissen Dinge im Shop nicht nur mit Glemium kaufen, sondern auch mit Gold. Das bedeutet, wenn es neue Skins gibt, neue Charaktere und vieles mehr, könntet ihr auch dort mit Gold holen. So nach aktuellem Stand. Ob sich daran was ändert, werden wir sehen. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, wie das hinterher aussieht, werden wir dann sehen. Da seht ihr auch in den Timer, wann sich das Angebot ändert. Also das wird auf jeden Fall in Zukunft sehr, sehr cool werden. Das ist aber noch nicht alles zum Shop, denn es soll wohl auch ein Event-Shop geben. Bis zu einer gewissen Zeit soll es wohl exklusive Angebote geben, die nur ab einem gewissen Event verfügbar sind. Schaut euch das Bild mal an. Ja, viel gibt es dazu noch nicht zu sehen. Das ist halt so ein, ja, wie gesagt, Event-Shop, gewisse Items, die dann wirklich, ja, nur für gewisse Zeiten verfügbar sind, gewisse Events. Ja, keine Ahnung, wie das im Endeffekt aussieht und was da noch alles kommt, das werden wir dann sehen. Ja, Freunde, ich habe neue Informationen über den Rank-Modus. Und Freunde, der Rank-Modus wird Ränge geben. Sprich, Silber, Gold, Bronze und so weiter. Wie das genau aussieht, steht noch nicht fest, aber es ist fest, dass sowas kommt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Es wird jedes Mal, wenn ihr hochrankt, Rewards geben. Sprich, es gibt Belohnungen dafür, dass ihr hochrankt. Wie die Belohnungen aussehen, weiß ich noch nicht. Aber es sieht ganz stark danach aus, dass es dann halt Gold gibt oder vielleicht sogar Glemium oder was auch immer. Was genau, kann ich euch noch nicht sagen. Aber es wird definitiv Belohnungen dafür geben, dass ihr in Ranked aufsteigt. Das bedeutet, der Rank-Modus ist schon sehr gut fortgeschritten und er wird bald verfügbar sein. Ich schätze Mitte, spätestens Ende September. Meine Vermutung, mehr kann ich leider noch nicht zum aktuellen Stand sagen. Aber es ist schon mal eine Kleinigkeit. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat mein neues News-Video gefallen. Sehr viele Informationen, sehr coole Dinge, die auf uns zukommen. Ich freue mich drauf. Nicht vergessen, Leute, ich bin regelmäßig live auf Twitch mit Multiversus. Schaut gerne vorbei. Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns live wieder oder im nächsten Video. Bis dann, Leute. Haut rein. Euer André oder auch Xerox. Ciao. Outro